Wenn du an einem Punkt, wo du nur ein kleiner Embryo bist, die ersten drei Monate, wachsen alle Zellen so. Eine Zelle wird zu zwei Zellen. Und diese Zelle teilt sich erneut. Und so geht es weiter. Das multipliziert sich dann immer, verdoppelt sich immer. Und so exponentiell wächst dann die Anzahl der Zellen. Also wenn ein Patient mit Krebs kommt, Sie sind da unten und sagen, was ist denn das Problem mit diesen wenigen Krebszellen? Ich fühle mich nicht so schlecht. Die haben vielleicht einen Fehler gemacht. Mir geht's gut. Und da oben dann, oh nein, Hilfe! Das ist so mit den Krebszellen, sie beginnen klein und dann starten sie wie eine Rakete. Im Embryo genau wie in der Krebszelle sind die Zellen nicht spezialisiert. Aber später Wir haben Cells, die Spezialisiert sind, wie Insulin bilden in der Bauchspeicheldrüse. Oder auf Licht reagieren in deinen Augen. Sie übernehmen diese speziellen Funktionen der vorhandenen Zellen. Und diese Zellen können sich nicht teilen. Nur die Stammzellen können sich teilen. Wenn also eine Zelle stirbt, wird sie erneuert und eine Stammzelle erwacht und macht eine neue Zelle das dann die Funktion, die benötigt wird, übernimmt. In der Leber, im Herz, im Gehirn. Was sie hindert, sich zu teilen oder auszubreiten, ist eine kleine Kappe, Insulin-Growth-Faktor-Binding-Protein. Insulin-Wachstums-Verhinderungs-Protein. Dadurch ist die Zelle verschlossen, kann sich nicht teilen. Und eine neue Stammzelle schläft ein und wartet, bis sie an der Reihe ist. Das nenne ich symmetrisch. Und asymmetrisch. So Embryo geht in dieses Modell über. Und die Krebszelle geht zurück. Es geht von da nach drüben, die Heilung vom Krebs. Warum kann es dann nicht wieder zurück? Wir wissen, dass sie es tun können. Sie haben es schon getan. Aber es gibt einen Trick, den man anwenden kann. Insulin-like growth factor. Insulin-like growth factor. Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor. Will then bind to this binding protein. Wird sich dann binden mit diesem verbindenden Protein. And take it off of that cell. Wird es von dieser Zelle lösen. And unlock the cell and it can grow like cancer. Und diese Zelle aufschließen. And then it can grow. Und dann kann sie wachsen. Wir wollen schauen, dass wir nicht zu viele davon haben. Von diesem Wachstumsfaktor. Weil es die Zellen, die sich nicht teilen können, in eine verändert wird, die sich massiv teilt. Woher kommt es, dieser Faktor? Es macht ganz viele komplizierte Dinge. Es macht ganz viele komplizierte Dinge. Milk Thistle helps with this. So, it comes partly from the cancer recruiting other cells to make it for them. Es kommt einerseits von anderen Zellen, die es dafür herantragen. And they make them their little slaves. Ah, es macht sie zu ihren Sklaven. Yeah. They put them to work to make insulin-like growth factor binding protein. Und diese Zelle benutzen sie dazu, diesen Faktor zu multiplizieren, für eigene Zwecke. They also make them produce energy for the cancer cells. And often there are more of these cells in the tumor than the actual cancer cells. And there's also many immune cells. So, tumor has cancer cells, stromal cells, immune cells. Also, hat der Tumor Krebszellen, immunezellen, und what was the last? Stromal? Stromal. Just… Stromazellen. 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 Yeah. But it also comes from diet. Aber es hat auch viel mit der Ernährung zu tun. Yeah. Animals all make this IGF-1. Insulated growth factor. Tiere, die stellen alle dieses IGF-1 her. Yeah. Swine. Cows. Kühe, Schweine. Antelope, Buffalo. All the herd animals. Wüffel, alle Herdentiere. Prey animals. Alle Raubtiere. Yeah. So, when you eat their meat and milk, you get this. Wenn du ihr Fleisch isst und ihre Milch trinkst. Yeah. Ja, es waren nicht Raubtiere, es waren Beutetiere, Entschuldigung. Yeah. It's always there. Es ist immer da. If they feed them corn. Wenn man ihnen Mais zu essen gibt, oder Korn. It doubles the IGF-1. Verdoppelt dieser Faktor, den IGF-1. It doubles the amount of meat and milk you can make. Es verdoppelt die Menge in Milch. Bei Milch und Fleisch. Yeah. But it doubles the concentration of the IGF-1. Es verdoppelt die Konzentration von diesem IGF-1 darin. So grass-fed meat, more traditional meat. Also grass, ernährtes Fleisch. Or wild beet. Oder einfach wilde Tiere, bio. Much, much safer than corn fed. But it's still a bit of a stress. Aber es ist immer noch ein Stress da. Es sind weniger belastet als diese Korn gemästeten Tiere. Also a good book. Auch ein super Buch. Cultures that were based on eating corn. Viele Kulturen basieren darauf, Mais zu essen. Did not fare very well in this world. Die werden nicht unbedingt fair behandelt. Ja. Oder? Fair. I see many fields of corn and I worry about Switzerland. Ich sehe hier viele Kornfelder und mache mir Sorgen. Ja. It's the export. Yeah. It's the export. Thank you. Thank you. Yeah.